Die Filmhand muss erst mal begrüßen. Hi Timo, alles gut bei euch? Alles sehr gut. Habt ihr euch schon ein bisschen umgeschaut? Ich bin total überrascht, wie groß die Messe ist. Also ich komme hier aus der Nähe und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass die... Geht ihr gleich mit der Karte? Ja klar. Ich habe eigentlich damit gerechnet, da wird ein Grün-Bass sein, draußen vielleicht noch der eine oder andere Brill-Stand, aber wie groß es da tatsächlich ist, bin ich total überrascht. Also die Halle kennen wir von der E-DEM Style, wir machen ja relativ viele Messen, von daher habe ich mich schon auf das Böhler-Areal oder Areal-Böhler gefreut. Ich glaube aber, es ist auch weit und breit die einzige Location, wo man drinnen drehen darf. Also wie gesagt, damit habe ich nicht gerechnet. Das muss ich ganz klar sagen. Also der Veranstalter, den kennen wir auch schon länger, Sindelfing, Offenburg und die machen einen ziemlich guten Job als Erstveranstaltung, eine geile Nummer, glaube ich, oder? Absolut. Das haben sie also echt raus. Du bist ja so ein Gemein. Also das ist ein Familienunternehmen, da ist jeder berechtigt, die Marke zu vertreten. Und die Kollegin sagte schon, du hast das Produkt bei deinem Vater in der Schubelare gefunden, weil er das eigentlich schon länger für sich geplant hatte. So in der Art, genau. Und dann habt ihr dann mal gefeilt und gesagt, so jetzt bringen wir es auf den Markt. Ganz genau. Ja. Ihr habt das mittlerweile in mehreren Variationen, beziehungsweise in mehreren Generationen rausgebracht. Was hat sich jetzt an der letzten geändert? Also grundsätzlich bekannt ist mir der Hallschleifer, wie er funktioniert. Ja. Und ich bin total begeistert, nicht vom Preis, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich sage mal, ein gutes Produkt kostet Geld, da wäre ich auch bereit für, das klingt jetzt aber aktuell zu teuer, muss ich dabei sagen. Der Preis ist gerechtfertigt, aktueller Stand, nur es ist mir gerade zu teuer. Jetzt habe ich aber selbst einen Faden verloren, die BIA. Also du hast gesagt, der Produktgeneration, da wollte ich mal kurz einhaken, weil wir haben eigentlich nur eine Generation, ja. Es ist so, dass wir noch weiteres Zubehör auf dem Markt gebracht haben, das kann ich euch gleich gerne kurz zeigen. Aber das hier ist im Endeffekt das Grundset, mit dem, ich sage jetzt mal 90, 95 Prozent unserer Kunden aber sofort schon happy sind. Für feineren Scheiben, beziehungsweise, das Premium Schärfepaket, hier ist noch ein Abziehleder drin. Die 3000er und die 6000er Edelkurund, beziehungsweise Steinscheiben. Ja, ähnlich wie Keramik, das ist genau dasselbe Material, wie ihr es jetzt zum Beispiel vom Kai Kombinationsstein kennt, also die zweiseitigen Steine, gibt es für uns auch, wir schrauben es einfach auf, also ich denke, die grundsätzliche Funktionalität vom Rollschleifer ist klar. Und dann schauen wir mal, welche Scheibe sich zuerst löst, das ist in dem Fall die hier, hier haben wir eine M6 Gewinde und das schrauben wir einfach auf und dann ist es nach fünf Sekunden eigentlich ein Schleifstein mit Schleifstein Feinheit und aber Rollschleifer Präzision. Und deswegen brauche ich hier für das Wassersteinergebnis oder für das Schleifsteinergebnis auch nur eine Minute mit der 3000er und eine Minute mit der 6000er. Wir haben jetzt kein iPhone-Mikroskop dabei, aber wir haben hier tatsächlich schon ein Mikroskopaufnahmen gemacht. Ah, super! Wir können auch mal kurz einen Blick drauf werfen. Kann es auch ein bisschen hoch halten, geht es? So, ja. Das hier war ein Standard-Sominger Küchenmesser, nagelneu, aus dem Laden im Endeffekt, das ist die Schneidphase hier. Ja. Das hier war nach zwei Minuten mit unserer Standard-Diamantscheibe. Ja, das ist ja hier nochmal abgebildet. Und hier sieht man schon diesen Kreuzschliff, der durch die Rotation des Rollschleifers entsteht. Und von der Feinheit sieht man schon… Das sag ich nochmal ganz klar drüber, weil die Kamera kann doch ein bisschen mehr als ich dachte. Sehr gut, ja. Sieht auf jeden Fall gut aus. Von der Feinheit sieht man schon, dass wir hier dem ab Werkergebnisse nichts nachstehen, wenn das jetzt mal automatisch korrekt aussieht. Eigentlich sogar schon. Also, wenn die Bilder original sind und die da hinaus. Absolut. Also, ich kann mich wirklich dafür verbirgen, weil die habe ich selbst gemacht und habe selbst geschliffen. Und deswegen ist hier auch jeder happy mit der Standard-Ausführung des Rollschleifers. Ja. Jetzt gibt es aber natürlich Menschen, die möchten, ich sage jetzt mal, ihren Porsche auch mal ausfahren. Ja, weil brauche ich einen 200 Euro Kai-Schuh-Messer, brauche ich einen Nesmuk. Rauchen ist immer so ein bisschen Auslegungssache, aber schicke Sachen, brauchen auch die entsprechende Pflege. Und deswegen möchten eingefleischte Wasserstein-Fans eben auch nicht auf ihre hochfeinen Steinkörnungen verzichten. Deswegen haben wir die 3.000 und die 6.000 auch rausgebracht, kann jeder sich entscheiden, ob er das möchte, um entsprechend das Ergebnis weiter zu veredeln. Weitere Produktgenerationen gibt es aber insofern nicht. Dieses Zusatzpaket. Ja. Ist ja ein Zusatzpaket. Was kostet das? Wir haben ja gerade schon geklärt, der Rollschleifer kostet aktuell 119. 119, genau. Und hier ist dieses Premium Schärfepaket, das liegt bei 99. Entschuldigung. Man kann die, vielleicht ist es auch ein Zeichen, die Preisliste zu vergrößern. Wir wollten aber hier eher den Fokus auf den Rollschleifer. Ich würde sagen, der Rollschleifer ist da auf den Fokus tatsächlich. Genau. Es geht darum, man kann die Scheiben einzeln kaufen, das Leder etc. Aber wir haben das halt, um die maximale Schärfe mit dem Gerät rauszuholen, haben wir noch ein Paket dafür geschnürt. Da ist ein kleiner Vorteilspreis dabei. Grundsätzlich wirst du sicher schon gemerkt haben, dass sich das Produkt nicht über den Preis verkauft. Nein, das gibt es nicht. Das gibt es zum Beispiel auch nicht in Amazon oder solchen preissensiblen Plattformen, sondern einfach im Fachhandel, auch im Internet, aber dann vom Fachhändler. Und da sind wir ganz stolz drauf, dass man das immer in einem professionellen Kontext findet, das Produkt. Ist ja auch sinnvoll, gar keine Frage. Niemand, der nur ein Küchenmesser hat, geht auf den Gedanken, sich einen Rollschleifer zu kaufen. Das klingt jetzt glücklich, ich mache das erst seit anderthalb Jahren den Kanal. Seitdem habe ich auch erst vernünftige Messer. Und ich habe mich bis heute nicht getraut, so zu schleifen. Sie mussten auch bisher noch nicht geschliffen werden, weil gutes Messer hält auch einigermaßen lang. Ist so, absolut. Witzig, was du sagst. Eigentlich brauchst du zwei, drei vernünftige Messer und die müssen vernünftig gepflegt werden. Jetzt haben wir halt Messerschleifer und sonst nichts. Aber uns geht es eigentlich gar nicht ums Schleifen, sondern ums Ergebnis. Kein Mensch möchte Messerschleifen. Keiner hat Bock auf Messerschleifen. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, du Schatz, nimm du die Kinder, ich mach mal zwei Stunden mit der Rotweinflasche ins Büro und schleif dann. Aber hier sind wir eigentlich ganz stolz darauf, dass wir uns aufs Ergebnis fokussieren. Das heißt, du tust super schnell ein absolutes Profi-Ergebnis. Und hast halt hier eine Schneidphase, die eigentlich einer maschinellen Präzision gleicht. Und das ohne Vorkenntnisse zu Hause zu schleifen, jetzt mal abgesehen, egal mit welcher Scheibe, das ist wirklich was Besonderes. Und eben diese Zeit, die man da investiert ins Schleifen, sollte man besser nutzen. Das geht nämlich nur darum, wie geil, jetzt hier Grill-Channel, wie geil kann ich das Fleisch sliceen, wie dünn. Das ist doch der geile Moment, wenn du den Lappen dann hochnimmst und sagst, boah, guck mal, schreien sich an die Sonne durch. Da kann man durchgucken. Und das ist der Moment, den wir auch erzeugen haben. Die Qualität stimmt einfach. Man muss ganz klar sagen, die Qualität stimmt. Der Preis stimmt zur Qualität, ja. Ich bin aktuell nicht bereit dazu zu sagen, ich gebe jetzt 120, respektive 200, knapp 300 Euro für ein Profit-Paket aus. Das muss ich mal ganz klar sagen. Wie du selbst sagst, über den Preis verkauft es sich nicht. Die Qualität ist das Wichtige. Es ist tatsächlich so, wir brauchen für unser Produkt natürlich schon ein gewisses Verständnis oder einen gewissen Anspruch an seine eigenen Messer. Dass man sagt, also gut, ich möchte schon meine Messer ein bisschen pflegen. Mir ist es wichtig, dass sie gepflegt sind, dass sie scharf sind. Ich weiß, ich werde mir irgendwann einen kaufen, weil ich lasse keinen Schleif. Und dieser Samen, den wir da in deinem Gehirn schon gesetzt haben, der reicht mir auch vollkommen aus. Auch wenn wir auf einer Verkaufsmesse sind gerade. Weil ich genau weiß, ich werde meine guten Messer, die gehen nicht. Ich habe so einen Wetzstein tatsächlich, mit dem man eine Sense normalerweise schleift. Für meine alten Küchenmesser reicht der Dicke, aber nicht an die guten Messer. Aber lass mich dir als Brillenträger auch sagen, das ist so der Carsten, ein alter Kollege von uns, der vergleicht das immer ganz gut. Die Leute gewöhnen sich an das stumpfer werdende Messer. Das heißt, ganz viele glauben gar nicht, dass es jetzt einen großen Effekt hätte, wenn sie jetzt schleifen würden oder sehen die Notwendigkeit, es zu schärfen. Aber wenn man das mit einer Brille vergleicht, ist es so, wenn du plötzlich eine Brille bekommst und denkst, leck mich am Arsch, wie habe ich die letzten zwei Jahre im Straßenverkehr überlebt. Weil es halt einfach weniger wird, aber es ist ja nicht von heute auf morgen schlecht. In diesem Prozess, wir wollen einfach, dass es immer auf einer Oberkantenschärfe ist. Dass wir immer eine Superschärfe haben, weil das Messer kann. Man muss es halt nur haben. Man muss es halt nur erzeugen und wir brauchen ein Gerät, das einem Spaß macht, damit man es auch benutzt. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020